So, Xeo hier zurück mit Dead Space. Im letzten Part sind wir hier in der Krankenstation angekommen und haben auch von Hammett erfahren, dass er von Kendra getrennt worden ist und sie wahrscheinlich tot ist. Außerdem haben wir ein bisschen was über den Marker und einer gewissen Religion erfahren und darüber, dass in der Kolonie wohl einiges abgegangen ist damals, als die ganze Scheiße hier anfing. Ja, und wir müssen jetzt noch das Schockpad und das Thermit besorgen. Also gehen wir doch mal weiter. Bio-Labor, Zutritt nur für autorisiertes Personal. Na gut, dann schauen wir doch mal rein. Okay. Biologisches Prostätikzentrum, wir bleiben dir an. Mordi. Wird das gerade gemerkt? Die Lichtstimmung hat sich gerade total verändert. Es ist gerade eben, war alles nur so bräulich und jetzt ist es übers Grün. Oh, spooky, spooky. Oh, da ist ja jemand. Hilfe! Oh Gott, ich bin! So helfen Sie mir noch! Hilfe! Oh, armer Kerl. Das sind echte Scheißviecher, diese Babys. Äh, das ist echt nicht, echt nicht so cool. Ziemlich makaber. Ja, wir haben hier so eine Station mit Kleinkindern. Oder halt Babys, die irgendwie... Sind das Brutkästen? Aber es ist, warte mal, es ist doch Bio-Labor. Was haben die hier gemacht? Wenn man sich das mal so überlegt. Das ist unheimlich. So, wie viel Schuss haben wir denn in der Strahlenkanone? Noch nicht nachgeladen? Anscheinend nicht. Okay. Okay, wir sind Bio-Labor. Das fällt mir das erste Mal auf. Das ist eigentlich ziemlich... Ja, macht die ganze Sache etwas unheimlich. Oh Gott, Alter, du hast echt nicht viel Glück gehabt. Das ist echt traurig. Er hat so lange überlebt, dass wir gekommen sind und dann auf einmal... Und dann kommt so ein Scheißvieder her. Aber ihr seht, bei denen... Das sind Fernkämpfer. Also, die schießen hier mit solchen Dornen auf uns. Von diesen drei Tentakeln. Und das sind auch die Angriffspunkte bei ihnen. Die Tentakeln muss man abschießen. Und das kann man mit der Strahlenkanone... Verhältnismäßig gut machen, wenn sie am Boden sind. Aber sie können sich auch an die Wände stellen. Da geht das mit der Strahlenkanone natürlich nicht. Da sollte man vorzugsweise eine andere Waffe benutzen. Okay, fahren wir mal nach oben. Ich hab die schon gesehen. Ich hab dich gesehen, mein Freund. Da. Okay. Ich glaub, man muss alle drei runterschießen, um die Viecher dann auch zu erledigen. Oh, anscheinend nicht. Fünf Schuss. Hab ich jetzt gebraucht und die sechs hat er wieder fallen lassen. Hoppala. Steinkanone. Äh... Steinkanone. Lebt das Ding noch? Vorsichtshalber. Richtig, richtig ekel, die kleine Viecher. Na, wir machen aber gerade gut... Eigentlich ganz gutes Plus mit der Munition. Oh. Was ist denn das? Sind das Organe? Und auch hier wieder die Frage, was ist hier gemacht worden? Was ist das? Was haben wir denn hier? Sieht auch aus wie irgendwelche Organe hier so eingelegt oder so. Ist das... Das könnte eine Wirbelsäule sein. Hm. Ich fände auch sehr interessant, dass sie hier eine... Hier die Anatomie von solchen anscheinend Necromorphs haben. Also es... Es sind auf jeden Fall keine Menschen. Und wenn es schon irgendwas ist, dann wahrscheinlich die Necromorphs. Hm. Okay, wo geht es jetzt hin? Äh... Haupt... Irgendwas im Hauptlabor. Was? Zu? Äh... Zurück... Zum Hauptlabor. Okay. Ist das nur so eine... Ja, ist das nur so eine Passage, oder? Oh, da wird alles wieder ein bisschen bläulich. Ach, das ist... Ist das die Tür, wo wir nicht durchgehen konnten? Ah. Ach, das war wahrscheinlich... Oh, oh. Hammett hat Probleme. Ja gut, das Thermit haben wir jetzt. Da schauen wir doch mal. Äh... Extrem brennbare Chemikalie. Okay. So, die Hälfte haben wir. Dann gehen wir zurück. Ich hoffe, es kommt nicht nochmal... Äh... Irgendwie was Böses. Ich meine... Also, ich meinte jetzt hier nochmal irgendwie eine Quarantäne, oder so. Die Stars haben wir noch. Okay, geht eigentlich. Okay, Moment. Und bitte auf. Und die ganzen Leichen vorher auch schon. Oh, oh. Ach, scheiße. Das ist so ein Teil mit... ...gepanzerten Armen. Ich habe keine... Scheiße, ich habe keine... ...Stase mehr. Nachladen. Ah, die Viecher sind so übel, weil die können... Also, diese speziellen, normalen Necromorphs... Also, speziell normale Necromorphs, ich weiß, das ist Quatsch. Also, äh... Die sind, glaube ich, irgendwie weibliche. Also, sie wirken auf jeden Fall so. Und die haben auch ein bisschen andere Stimmung. Äh, Stimme. Die können auch, äh, so eine... Ja, so einen Distanzangriff auf uns machen. Und das Übel bei denen ist, dass die gepanzerte Beine haben. Auf die kann man nicht auf die Arme schießen. Also, bei denen kann man nicht auf die Arme schießen. Ah, das war gerade doch etwas stressiger als gedacht. Okay, aber Munition schaut gerade sehr gut aus eigentlich. Haben wirklich viel dabei. Okay, wir wären wieder hier. Ein kleiner Safe-Spot im Prinzip. Hier war keine Werkbank, oder? Nur ein Shop. Hm. Kann ich das Termit da schon anbringen? Nee, wir brauchen noch das, das Shock-Pad, damit wir dann die Termit-Bombe haben. Gut, ähm... Ich möchte ganz kurz mal ein Medikit von, aus dem Shop holen. Noch. Entwegen. So, ja. Wir sind nämlich noch ein kleines bisschen angekratzt vom letzten Part. Äh, ich benutze das auch mal einfach, dass wir wieder voll sind. Ja, Vorsicht ist ja bekanntlich besser als Nachsicht. Ich glaube, ich werde auch als nächstes beim Verbessern mal ein bisschen was in unsere Rig investieren. Dass wir mehr LP haben. Okay. CC Imagine Diagnostic Lab. Okay, Imagine Diagnostic Lab. Ähm. Alles klar. Schauen wir nochmal, was ist dieses Klopfen hier? Oh, es ist dunkler geworden gerade. Hm. Oh, da ist eine Blutspur. Da steht auch jemand. Hallo? Alter. Du siehst echt nicht gut aus. Oh, ja. Du schaust allerdings wirklich nicht gut aus. Aber okay. Okay, wir haben Plasma-Energie und Stase-Energie. Wo kommen wir jetzt hin? Äh. Bild... Ach, Bild... Ach, wahrscheinlich bildgebende Diagnostik. Ah. Warnung. Erhöhte Strahlung. Alles klar. Ach, come on. Ist da die Strahlenkanone eine gute Waffe dafür? Okay, da vorne liegt was. Und zwar ein Text-Log. Ich glaube, solange ich mich nicht bewege. Ähm. Medizinisches Logbuch. Dr. Warwick, ähm, B. Ähm, Chief Psych-Officer. Bericht über psychiatrische Beobachtung. Patient, äh, Harris B. Arbeiter... Irgendeine Nummer. Harris schläft jetzt. Allerdings erst nach Verabreichung eines weiteren starken Sedativums. Ohne die medizinischen Hilfsmittel scheint er tatsächlich nicht schlafen zu können. Ganz egal wie ausgeprägt der Wunsch ist, wach zu bleiben, erliegen die meisten Menschen nach mehr als 50 Stunden ohne Schlaf der Erschöpfung. Nicht zu Harris. Seine Schilderung der Ereignisse in der Kolonie ist ebenfalls merkwürdig und bedeutet auf die, und deutet auf die gleiche Paranoia hin, die wir bereits anderen, anderen Orts auf dem Planeten feststellen mussten. Seine Schuld steht außer Frage. Zwei Sicherheitsoffiziere waren anwesend, als er, äh, als er Dr. Sciarello als Geisel nahm und, ähm, Schwester Evans ermordete. Er, ähm, er bereut seine Tat allerdings auch nicht. Ähm, er bereut seine Tat allerdings auch nicht. Er besteht vielmehr darauf, dass kein Verbrechen vorliegt. Und er verspürt keinerlei Schuld. Sein Verhalten ist zwar das eines klassischen Soziopathen, doch weist Harris darüber hinaus keine weiteren typischen Symptome auf. Er ist umgänglich und freundlich, zeigt Einfühlungsvermögen und äußert seine Meinung. Befragt man ihn jedoch nach dem Mord, zieht er sich zurück, wird, ähm, wird unnachgiebig und zeigt, äh, schizophrene Behaltensweisen. Er leidet zudem in periodischen Abständen an Halluzinationen, die weiterm, äh, wiederum, äh, jene anderen Kolonisten ähneln. Ähm, Harris behauptet, behauptet, er habe den Doktor bedroht, weil er wollte, dass die Träume und, äh, Schatzen weggehen und dass er wieder töten würde, wenn es wieder ganz machen, äh, wieder ganz machen, äh, wieder ganz machen, um es wieder ganz zu machen. Ich habe allerdings noch nicht herausgefunden, was das bedeuten könnte. Ein absolut faszinierender Fall. Aha. Das ist also, also einer aus der Kolonie ist hart abgefuckt. Na gut, aber hier haben wir jetzt was sehr Interessantes, und zwar eine Energieknotentür, von denen ich schon mal erzählt habe. Also wir haben jetzt zwei Energieknoten dabei, ähm, dafür habe ich immer eine Reserve dabei. Jetzt können wir diese Tür hier aufmachen und kommen hier rein und hier liegt jetzt ganz, ganz viel Stuff rum. Da hätten wir einmal hier einen Halbleiter, die können wir nämlich wunderbar verkaufen, diese ganzen Halbleiter. Da steht dahinter immer noch Gold oder Bronze oder Silber oder was weiß ich. Und je nachdem, ähm, was eben dahinter steht, kann man dann, ähm, sind sie mehr wert. Aber ja, die sind eben nur zum Verkaufen da. Dann, Audiolog. Wir haben da unten was gefunden, richtig? Ja, wir haben was gefunden. Dann stimmt es also, was in den Texten steht, die ganze Zeit. Da wäre ich mir nicht so sicher. Die, was ich gesehen habe, war nichts göttlich. Wir müssen es in uns aufnehmen. Wir sind die ersten Zeugen. Matthias lässt keinen in die Kolonie runter. Sie steht unter Quarantäne, bis wir mehr wissen. Zur Hölle mit Matthias. Gerade er sollte wissen, dass das hier größer ist als er oder die Operation oder die ganze Firma. Das ist unsere Erlösung. Reißen Sie sich zusammen. Dort sterben Menschen. Nur die Werklosen und die Ungläubigen. Aber ich bin gläubig. Sind Sie gläubig, Terence? Na? Da geht hier wieder die Sache mit der Religion, ne? Aber diesen haben wir gar nicht so tolles Zeug hier drin bekommen. Ich glaube, diese Objekte, die man hier drin findet, sind Willkü. Also einige sind davon randomisiert. Also kann man das nicht unbedingt beeinflussen. Also wir haben jetzt ein großes Medikid bekommen und diesen Halbleiter Gold. Und ein bisschen... Was noch? Was noch Geld oder Munition? Ich glaube Munition. Müssen wir mal schauen, wie viel dieser Halbleiter wert ist. Aber da jetzt diese Energieknotentür kamen, können wir mal den Energieknoten, den wir noch haben, benutzen. Weil dann wird voraussichtlich erstmal keine mehr kommen. Ja. Was wollen wir denn verbessern? Also sowas wie Chinesium-Modul verbessern ist absoluter Schwachsinn. Das braucht man eigentlich überhaupt nicht. Plasma-Cutter, da könnten wir die Kapazität nochmal erhöhen und bei der Stahlkanone kann man den Schaden auch erhöhen. Man sieht auch, die ist ein bisschen stärker als unser Plasma-Cutter. Aber eigentlich, ich gehe mal bei der Rick ein bisschen, investiere da gleich mal was und dann können wir recht bald auch unsere Treffepunkte ein bisschen erhöhen. Gut, gut. Aber wir haben ja schon diesen, dieses eine Vieh gesehen. Ich glaube, die heißen Lörker, wenn ich mich nicht täusche. Das weiß ich aber nicht sicher. So, alle Objekte, die dieses Symbol hier drauf haben, das sind chinesische Objekte, die kann man greifen und zur Seite schieben. Warte, dann lügt ja jemand. Fällt mir gerade erst auf. Okay. Ja, ja, das habe ich bereits gemacht. Oh nein. Wo? Da. Ach, come on! Das war gerade echt überhaupt nichts. So. Das war gerade eine massive Munitionsverschwendung. Aber ich habe noch, habe ich noch was gehört? Oder dachte ich das bloß? Ich meine, ja, wir haben gerade doch verhältnismäßig viel Munition, aber verschwenden muss man sich deswegen auch nicht. Ich gehe mal in dieses Labor da rein. Oder was auch immer das da ist. Gibt es da auch noch ein bisschen was zu holen? Okay, da gibt es schon mal einen Engelknutschen. Oh. Damn. Ah, okay. Okay, was haben wir hier? Ein Pulsprojektil. Okay, das ist die Munition für die Strahlenkanone. Ähm, nicht Strahlenkanone. Für die... Ähm, wie heißt es? Ein Pulskanone? Hallo! Hallo! So nicht! Ich wusste, dass du kommst. So, die ganz schlimmen Schocker, die kenne ich noch alle. Das ist kein Problem für mich, aber... Ich versuche bei diesen Sachen immer, also wo ich wirklich weiß, dass da jetzt ein richtiger Schocker kommt, das versuche ich immer... Ähm, dann versuche ich das ein bisschen so zu überspielen, dass, äh... Es nicht auffällig ist, aber dass halt Zuschauer, die das Spiel nicht kennen, noch nichts vermuten. Ich hoffe, das gelingt mir eben. Das war so eine Sache, bei der ich ein bisschen überlegt habe, ob ich Dead Space spielen will, weil es eben... Es ist zwar ein Horror-Spiel, aber ich kenne es halt schon mal schon. Und da ist halt dann immer die Frage für mich, ähm, kommt dann dieses Feeling rüber? Kommt dann dieses Feeling rüber? So, diesen einen Knoten verwenden wir auch gleich. So. Gut, wir haben jetzt diese Batterie da in dieses Teil eingesetzt. Ähm, wenn man die eben rausnimmt, diese Batterie hier hin, äh, nimmt und es dorthin hält, dann rastet sie automatisch. Also, wenn man sie in die Nähe hält, dann rastet sie... äh, rastet sie automatisch ein. Und dann kann man sie loslassen und dann hat man hier eine Sturmversorgung. Das habe ich nachgeladen? Ja. Okay. Alles klar. Oh, das sind auch irgendwelche Terminalise oder sowas. So, wir müssen jetzt hier dieses Teil wieder greifen und uns hier so hinschieben. Dann haben wir eine Brücke, über die wir drüber gehen können. Ah, das habe ich getroffen. Okay. Das hat auf jeden Fall gereicht. Wie viel Munition haben wir noch? Wir haben noch sechs Schuss. Reserve. Und was haben wir hier? Ja. Wo? Wo? Starnkanone macht echt einen Schaden. War das alles? Ist das wirklich alles? Wir haben auch eine Stasi-Station hier. Das ist ganz praktisch. Ich wechsle auch mal wieder auf den Plasma-Katter. Starnkanone ist echt gut und schön, aber der große Nachteil ist halt wirklich, dass man sie nicht wie den Plasma-Katter drehen kann. Deswegen ist man da ein bisschen eingeschränkt. Okay. Mal... Hallo? Ich hoffe, dass ich das treffen kann. Ich speichere mal ganz kurz. Ich würde jetzt ungern Munition verbrauchen. Das wäre ein bisschen... Naja. Ich finde, ein bisschen verschwendet. Gut. Geht das wirklich nicht? Come on. Isaac, gib mir Mühe. Ja, wohl. So muss das. Okay. Okay. Zero-G-Therapie-Therapie-Therapie-Therapie-Bereich wohl hier. Was steht hier? Was willst du, dass du dein Leben aufhörst? Okay. Steht hier. Jetzt wieder diese Symbole. Ähm... Where it belongs wahrscheinlich. So, chemische Forschung. Ist... Äh... Forschungslabor. Warnung erhöhte Strahlung. Okay. Und da steht auch noch mehr zu Symbole. Äh... Kleiner Funfact. Vor einigen Jahren. Also das hier ist eine spezielle Schrift aus dem Dead Space Universum. Ähm... Sonst könnte ich euch erklären, was da steht. Oh, Vakuum. In einem Vakuum haben Sie nur einen begrenzten Sauerstoffvorrat. Verlenden Sie Luftkanister und Luftstationen, um Ihre Luftanzeige zu füllen. Ja. Okay. Jetzt glaube ich werde aber bei der RIG auch mal, ähm... Die Luft erhöhen. Weil wir haben echt wenig Luft eigentlich. Ja, diese Vakuum-Bereiche. Wir haben eine begrenzte Anzahl an Luft und, ähm... Und natürlich der Sound ist weg. Weil es ist eben ein Vakuum. Und ich meine, das ist schon eigentlich zu viel, dass wir irgendwie so kleine... So Schritte hören. Luftkanister mittel. Ey. Strahlmunition. Legt da noch was rum? Munition. Naja, stehe ich nicht so an, Isaac. Du hast noch Luft. So, da draußen lag da noch was? Ne. Wir gehen mal wieder rein. So, Tür bitte schnell zu. Der Ishimura kann man die Schwerkraft lokal steuern. Ihre Schwerkraftstiefel werden einspringen, wenn sie einen schwerelosen Bereich betreten. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, weil sie gesagt hat. Ich glaube, irgendwas ist ein schwerelosen Bereich. Weil es gibt auch im Schiff nochmal, ähm... Zero-Gravity-Bereiche. Also, da ist kein Vakuum. Oder so. Aber da ist halt auch kein, ähm... Keine Gravitation. Boah, ich glaube, diesen Kanister muss ich schnell loswerden. Boah, unser Inventar schon wieder voll. Das geht mir ein bisschen auf die Nerven. Ähm... Na gut, doch, wir gehen noch rein. Den Daumen machen wir noch. Ah ja. Oh. Hier war die Kacke auch am Dampfen, ne? Liegt hier vielleicht ein bisschen was rum, was ich gerade nehmen könnte, was ich aufsammeln könnte. Käm ich an die Kiste da und dampfen? Ne, die ist zu weit weg. Ah ja, okay. So, wir müssen jetzt immer hier zielen. Irgendwas anvisieren. Und dann Y drücken. Und dann... Wiii! Springen wir. Ähm... Wo war denn jetzt diese Kiste, die ich gerade gesehen habe? Da. Komm her. Und... Zack. Okay. Achtung. Kredits. Ja, das sind die Zero Gravity Bereiche in diesem Spiel. Habe ich was gehört. Was Böses. So. Springen wir wieder hier hin. Da kann man unter Umständen auch mal ein bisschen die Orientierung verlieren. Aber das wird schon. So. Ist hier noch irgendwas? Irgendwie... Munition, die hier rumliegt? Irgendwelche Kisten? Ne. Ne, 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 ne. Ich glaube nirgends. Äh, all right. Dann ist ja alles gut, ne? Okay. Was ist denn der nächste Raum? Der Raum, der ich denke? Oh, okay. Ah, okay. Hm. Ich wusste, ich hätte jetzt gedacht, dass hier was anderes kommt. Warte mal. Warte mal, bis die Tür zu ist. Genau. Sehr schön. Und was haben wir hier noch? Das Schockpad haben wir jetzt hier aufgehoben, das hier lag. Gut. Sie haben ein Schockpad. Benutzen Sie das jetzt zusammen mit dem Termit, um die Barrikade hochzujagen. Scheiße. Ich kann auch mir hier kaum hören. Durch die Luftschächte. Seien Sie vorsichtig, Isaac. Alles klar. Werden wir dran denken. Passen Sie auch auf sich auf, Hammond. Aber, ich würde jetzt mal sagen, das war's mit Dead Space für heute. Also, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Auf der Endcard könnt ihr sehen, wo ihr abonnieren könnt. Und dann im nächsten Part gehen wir auf jeden Fall schon mal zurück zur Barrikade und jagen das Ding hoch. Also, bis dahin. Ciao. 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 Ciao.